Es ist 4.30 Uhr und wir haben heute den 28.02.21 Uhr. Ich fahre heute an die Küste. Es ist mehr Forenzeit. Bin gespannt was geht. Okay, auf geht er. Ich bin heute in der Nähe von Rostock unterwegs. Außenküste. Wir haben Nordwest, eine 3. Gute Bedingungen, klares Wasser. Besser geht es an sich nicht. In der Nähe von Rostock. In der Nähe von Rostock. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der Sprühregen. Henry, der Sprühregen ist weg. Ist trocken. Ja, sehr schön. Ich hatte Angst, dass der Sprühregen, den wir heute Morgen hatten, sich hier auf meine Kameralinse legt. Aber jetzt hier direkt an der Küste ist davon nichts mehr zu spüren. Alles weg. Ist trocken. Sehr geile Bedingungen. Untertitelung. BR 2018 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 Hattest du Kontakt? Im Augenblick stehen wir zu dritt an diesem Strandabschnitt. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schaut ein schöner Fischer sein. Nein, doch nicht. Ja, die Äste des Tages. Seitlich genommen. Also gar nicht gebissen. Ja, sehr schön. Was für ein Spaß. So. 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 So.